Die Wertnote für Gunther Weimann 5,2. Jetzt hier von den Green Dike ist das Pferd, das uns jetzt vorgestellt wird von Claudia Weinbrecht. Sie startet für den Reizwein-Speiger. Das Gespann führt die Nummer 62. Sie startet für den Reizwein-Speiger. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020